Mein Name ist Burak Yildirim, ich bin 21 Jahre alt und habe meine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker Anfang des Jahres abgeschlossen. In meiner Ausbildung lief alles sehr gut, ich kann mich nicht beklagen. Viele Auszubildende wurden vernachlässigt, sie wurden nicht aktiv mit in die Rolle des Kfz-Mechatronikers eingespielt, was ich halt nicht behaupten kann. Mein Tipp an die angehenden Azubis da draußen, sucht euch möglichst viele Betriebe aus, wo ihr ein Praktikum machen könnt, damit ihr eine bestmögliche Ausbildung abschließen könnt, wo ihr nicht nur fähig und in diesem Sinne wünsche ich jedem anderen da draußen viel Erfolg bei seinem Werdegang.